Glauben, es nicht wissen. Wenn nichts weiß, ist dumm. Ich weiß nicht, wo ich das hier habe, aber ja, wo hab ich das mal gehört? Ah ja, hier ist Hörnportal. Super. Das war der erste Besuch in der Hölle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Denn da werden wir nie wieder hingehen. Genau, reiß es schon mal ab. Und damit willkommen zu einer neuen Folge, Minecraft Together. Oder Let's Play, wie auch immer. Mit voller Aufregung sagt er das. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Minecraft Together. Aber du überzeugst noch mehr. Die Kiste unter der Treppe ist jetzt für, äh... Mich. Nein. Für... Dich. Nein. Für, ähm, Höllensachen. Hallo? Wieso läuft dein Schwein frei rum? Dat muss sterben. Oh. Essen. Kommst du eben kurz pennen? Jo. Dass wir immer noch zusammenschlafen, das ist... Er sagt darauf schon gar nichts mehr. Ja, wieso auch? So eine bescheuerten Antworten kann man ja gar nicht geben. Wo kommt denn das Fleisch von den Schweinen hin? Äh, in meine Kiste. Soll ich davon mal ein paar töten? Dass wir ein bisschen Fleisch haben? Nein. Ich hab noch was. 33 gebratenes Fleisch. Ich glaub, dein Pferd ist in die Kiste verliebt. Das wusste ich schon früher. In der Kiste ist ein bisschen was zum Einsortieren. Ah, hey. Klicken! Mal gucken, äh, was haben wir denn hier? Hier ist, äh, äh, 30. So, 33, 32, 30, 30. So, wo, bis wohin? So, hm. Ach, komm, was solltet. Ich zieh die Wand ganz durch hier. Und Holz. Und was ich hier noch alles in der Küste drin hab. Wenn mein Lagerkeller endlich fertig ist, geh ich an den Fertigstall ran. Hast du noch Pflasterstein? Ja, musst du in der Kiste gucken. Hier hab ich noch drei Stacks drin. Kann ich die haben? Ja. Oder, nee, einen, lässt du mal, einen bitte noch drin. Okay. Ich hab gleich keine Spitzjacke mehr. Jetzt. Warte. Kam irgendwie gar kein Geräusch? Kein Trunk. Einfach nur weg. Ich nehme mal acht Stöcker mit, ne? So. Und zack. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das auch gleich noch machen. So. Du wolltest dein Haus doch aus hier Pflasterstein bauen, ne? Mhm. Ja. Und, äh, neser, ähm, quarz. Neser-Quarz-Block. Nee. Quarz-Block. Nicht neser-Quarz-Block. Er wird sich nicht einig, also... Ja, ich hab, ich hab kein Holz mehr. So, ich hab noch was oben in der Truhe, aber nicht mehr sehr viel. Und es deckt nur noch. Mhm. Aber ich brauch nur zwei. So. Zack. So, zack, zack, dann noch einmal hier was weg. Ach, Mensch, ich wünschte, ich hätte ne Diamantspitzhacke auf Effizienz 5. Übertreib doch nicht gleich so hoch. Okay, Haltbarkeit 3 auch noch. Okay, das ist nicht so übertrieben. Wir wollten uns auch nochmal bedanken dafür, dass uns viele, also einer, dabei geholfen haben, den Sattel zu craften. Ja. Auch wenn's nicht geklappt hat. Trotzdem danke. Ja. Ich guck jetzt mal hier live im Video nach, wer das war. Ja, und das war das Mikrofon. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, wo hat er uns das eigentlich geschrieben? Ich weiß nicht. Tja, ich auch nicht. Tja, ich auch nicht. Zurück. So, ich werde auch gleich mal einen kleinen Schnitt machen und den Keller hier aushüllen, damit das nicht so langweilig wird. Ne? Oder was hast du dazu? Ja, kannst du auch einfach weiter aufnehmen und dann halt eben was anderes machen, zum Beispiel irgendwie irgendwas in der Hölle oder so und dann ganz einfach dann später noch weitermachen? Also, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.